Ahhhh So und dann muss ja... Weil es ja dann... Aber komm, das sieht komisch aus, finde ich. Dass es dann erst so... Also, weiß ich nicht, das passt irgendwie... Das ist ja nicht so zu sagen. Also, dass es vorher auch schon gelendet ist, vielleicht ein bisschen zu kämen. Könnte ich nochmal kurz vorher den ganzen... mal kurz durchlaufen, dass ich mir kurz ein paar Notizen machen kann, wo ich... Wie komme ich zum Anfang zurück? ...durch den Test einfügen muss, wie lange der sein soll. Ja, das... Beziehungsweise, können wir das eben machen? Ne, wir machen das mal eben so. Das hier unten und hier oben, 13 Sekunden, steht jetzt, wie lang dieses I und O gewesen ist. Das war der Grundkurs. In unserem Unterricht ja sowas. Das ist ein Profilkurs. Deshalb sind Sie... In unserem Profilkurs Deutsch behandeln wir übrigens gerade die... Das ist mir auch sehr wichtig. Aber dann können wir die Hintergrund... Also, mir persönlich ist Freizeit sehr wichtig, zum einen. Ja... Was kommt denn als nächstes? Ja, aber wo sind denn diese... Ne, ja, muss weitergemacht... weitergeführt werden mit... Das muss man auch sehen. Hm? Also, mir persönlich ist Freizeit sehr wichtig, zum einen. Zum Ausreicht... Jetzt machst du mal ein P wie Pencil. Ja. Und wenn du jetzt... Jetzt klickst du vor den Cursor, mal auf diese rote Linie. Das ist die Audio-Linie. Vor... Das ist zu viel. Minus 29 dB. Mach mal auf Minus 18. Sowas. Ja? Loslassen. Durch diese beiden Keyframes hast du genau an der Stelle, weil der Cursor da steht, wo sie beginnt, wird die Musik mit einem Schlag runter gemacht. Man könnte... fwoends. 우 And just like that, it's over. Everything that I do. Profil. Auch wenn einige sagen, Spaß, Spaß, das macht mir Spaß. Komm, mach ich. Mach ich alles. Ja, schönen guten Morgen. Morgen. Seid ihr voll selig, dass ihr nicht so habt? Seliges Gefühl dessen, der dich gemacht hat, dessen Organ du bist. Durchdringt mich fast alle Zeit. Es ging um die eigene Beziehung zu Gott. Es ging um die eigene Beziehung zu Gott. Es ging um das Leben des Umhängens nach Erforschung eigener und fremder Identität. Für die Mucke passt da sowas fast wie auf irgendwas. Und zwar. Aber heute ist es für was Growing mit Voice.